Hi! Ja, du hast wahrscheinlich schon einiges von der Flag gehört. Die Flag. Das ist nämlich dieses Teil. Das ist wirklich die Flag. Und das ist ein ganz besonderes Tool. Du wirst es vielleicht schon gelesen haben oder vielleicht auch gesehen haben in einigen Videos. Damit kannst du ganz toll mit deinem Pferd arbeiten. Du kannst dein Pferd anmachen, du kannst es aber auch ausmachen. Du kannst es sensibilisieren, du kannst es desensibilisieren. Und das ist eine Kunst, aber es ist etwas Wunderschönes. Und dieses Tool macht diese Arbeit natürlich erheblich leichter, weil das liegt gut in der Hand. Das ist ein tolles Material. Diese Flag hier, das ist wirklich die Originalflag von Double Diamond. Das ist also die Flag, wo Buck Brenneman und die Leute in dieser Kategorie auch mitarbeiten. Das ist dieses Teil. Es gibt mittlerweile auch die Variante aus Fiberglas. Das ist auch von Double Diamond. Hatte ich auch übrigens da bis vor kurzem, aber die sind alle schon weg. Die sind etwas leichter, einen Ticken kürzer, funktionieren sicherlich auch genauso gut. Aber ich bin, was das angeht, ich bin einfach ein Purist. Ich bin da auch ein bisschen oldschool und vielleicht ein bisschen altmodisch. Ich liebe einfach diese originalen Teile. Und das ist das. Also das ist jetzt zum Beispiel auch die Flag, mit der ich arbeite. Also meine, die ist vom Modell noch ein bisschen älter. Ich habe einen anderen Griff noch dran. Der ist eigentlich schöner, muss ich sagen. Es ist Kunststoff, ganz fester Kunststoff. Und wie gesagt, die laufen so ein bisschen zu und haben dieses Flatterteil, was man irgendwann auch mal erneuern kann. Preis 150 Euro. Ja, es ist sicherlich eine Stange Geld. Aber ich sage mal so, wenn du vernünftiges Zubehör kaufst und du benutzt das jeden Tag oder nur jeden zweiten Tag, dann hast du jeden Tag Spaß dran. Also ich habe jeden Tag Spaß dran, wenn ich hier mit meinen Tools arbeite. Und ich meine, das ist natürlich auch Geschmackssache. Wenn du sagst, das willst du nicht, dann kannst du dir natürlich auch eine Tüte an der Pitsche bauen oder an der Gärte. Das geht auch. Aber das ist einfach schöner. Wenn du noch so eine Flag haben willst oder vielleicht so eine Grundaufstattung sogar. Du sagst, ich bräuchte Halfter und Strick und Flag, dann kriegst du das noch bei mir. Okay, ich zeige dir jetzt mal ganz kurz, was ich noch im Angebot habe. Ich habe eigentlich nur die Tools, die ich selber auch benutze. Das ist ein einmal hier, wunderschöner Halfter. Das ist von der Firma Silvertip. Super Qualität. Du hast eine tolle Signalwirkung. Die liegen perfekt auf dem Pferd. Material ist 1A. Und ich habe die in zwei Größen. Dieses Beige hier, das ist in Größe Average. Das ist jetzt, ich sage mal, für Quarta, Warmblüter, Tinker, Hafling, also in diese Ecke. Und hier diese schwarze mit dem Silberband da drin. Das ist Araber, Entmaßt Ponys, sowas in der Art. Preis 39 Euro pro Halfter. Und dann habe ich die Stricke. 12 Fuß habe ich noch. Ich hatte auch 15 Fuß, aber die sind auch alle schon weg. Diese wunderbaren Stricke von Double Diamond. Ohne Karabiner, wohlgemerkt. Die kannst du ganz einfach in dieses Knotenhalfter reinpacken und das hält. Ich liebe diese Stricke. Ich liebe die Halfter. Ich liebe auch die Flecks. Dieser Strick kostet 59 Euro. Und wie gesagt, Fleck 150. Diese Dinge, wenn ich die verschicke, das Porto geht auf mich. Wenn du jetzt sagst, du brauchst so eine Grundausstattung oder so eine Fleck, dann wirklich beeil dich. Ich sage das nicht, um Druck zu machen. Ich brauche mich nur umdrehen. Da stehen noch vier Stück in der Ecke. Mehr habe ich nicht. Und es gibt diese Variante aus Stahl. Gibt es nirgendwo. Nur bei mir. Also, klar, in Amerika kriegst du sie noch, aber in Deutschland bin ich die Einzige, die diese Flecks hat. Beeil dich. Schreib mir eine E-Mail oder eine WhatsApp und dann machen wir das klar. Okay? Cool. So, ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende. Genieß die Sonne. Genieß die Wärme vor allen Dingen. Und genieß auch mal wieder so richtig schöne Arbeit mit deinem Pferd. Bis bald.